Hey Mario, jetzt sind wir hier wieder in Beaver Creek, die erste Trainingsfahrt, wie war's denn? Ja, im Training sind wir schon gekommen, sind wir jetzt noch nicht gefahren, leid besichtig. Und ja, die Kriste schaut super aus, weil es da so viel Schnee drin war, sieht eigentlich super aus. Und wir schauen, wie es einfach einmal herunteraschen, weil das sind echt ein paar Sprünge, Sprünge, was ein bisschen weitergehen wie in Leckluss und dann mal einfach herunteraschen und dann schauen wir mal. Mario, für dich Leckluss ein tolles Wochenende, oder? Ja, sicher, wir haben in der zweiten und der vierten Umfangschen, die ersten zwei Speedbevives natürlich super, so einen Stand habe ich selber noch nie gehabt und von dem her bin ich natürlich froh, dass man das geglückt ist und dass ich auch einmal zwei super Rennen im Ziel habe. Ich weiß, dass ich eigentlich viel schlechter geworden bin und ich versuche das einfach von Rennen zu Rennen weiterzugeben oder dass jetzt so ein Biberkey keine so schlecht läuft. Und wir schauen, wie werden wir jetzt sagen, dass es sonst passt. Das Gefühl ist gut. Ja, wie gesagt, die Form passt nicht so schlecht. Du brauchst da einmal, mehr oder weniger, ohne Fehler, für unten ist es unkonsequent fahren und irgendwann schaut es einmal jeden so schlecht aus. Ich glaube, der Auto ist schön. Das war's, danke. Bitte. Danke liebeρα! here we go! PBN